Ich zeige euch, wie man eine Nase zeichnet. Macht mal erst so eine wellenförmige Linie, dann links einen Kringel, rechts einen Kringel. Hier noch einen kleinen Halbkreis, da auch. Dann geht es weiter mit dem Nasenrücken. Dann mache ich unten die Nasenlöcher und jetzt schraffiert die einfach links von dem Nasenrücken durch, sodass ihr auch einen schönen Schatteneffekt habt. Viel Spaß!